Hey du gottverdammter Wichser, was kann ich denn für Sie? Hör mir hier das Genosse, schieß mal los, schieß mal los. Soll ich den erschießen hier, willst du das? Erschieß den doch, interessiert mich doch nicht. Wenn du einen Weasel News Beitrag willst, ruf die Weasel News an. Hey du gottverdammter inkompetenter Vollidiot. Ich mochte von dir, dass du dich bei den Weasel News Beitrag entschuldigst für die Polizisten, die Leute ihre Kopfe eintunken in die Toilette, hast du das verstanden? Hör mal zu, ruf die Weasel News an, die sollen einen Beitrag machen. Ich bin hier nicht dein Zeitungsartikel, Fuzzi, hast du das verstanden? Okay du Hurensohn, dann ist er am Boden, adios. Wir ziehen durch, vamos. Hey Jungs! Jungs, Jungs, Jungs! Ja, ja. Äh, wie sieht es aus?